Ich hab ein bisschen Bauchkribbeln. Ich merk's schon. Okay, seid ihr bereit? Ja. Dann los. Welche Vereinsfarben sind von Bayer 04? Das Maskottchen von Bayer 04 ist welches Tier? Löwe. Und wie heißt er? Brian. Das hat doch gar nicht aufgehört, Mann! Ready? Bitte nicht. In welcher Stadt werden die nächsten olympischen Sommerspiele ausgetragen? Pokio. Welcher ist der längste Fluss der Welt? Po, Amazonas. Das tut so weh. Ihr seid froh, dass ich das abgekommen habe. Das tut so weh. Wie heißen die beiden Geschäftsführer von Bayer 04? Udi. Udi. Wie viele Spielerinnen seid ihr im Kader? 24. Wie oft wurden die deutschen Frauen Weltmeister? Siebenmal. Ah! Ich hab mitgelitten. Ich hab schon direkt voll fast, meine Angst. Haben wir überhaupt ne Frage richtig schon mal angekommen? Okay, kann weitergehen? Wie oft wurden die deutschen Frauen Europameister? Drei Mal. Vier Mal. Welche Vögel legen niemals Eier? Den Eier. Ah! 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 Noch angefangen. Achte auf die Farbe, das ist ein guter Tipp. Ich geb denen keine Tipp. Was ist die Quersommer von elf? Zwei. Gegen welchen Gegner hattet ihr in der Saison euren ersten Bundesligasieg? Bayern. Freiburg. Wie ging das Spiel aus? 1-0. Wer hat das Tor geschaffen? Merle. Ich kann gar nicht antworten. Ich hab Angst vor dem Tor. Ich verlasse mich auch voll auf Kati. Ich bin der Erste. Gibt es drei Wochen wieder? 1-0. Aber es war Lena. Okay, letzte Frage. Oh nö. Müssen wir das noch mal anmachen? Ja. Wie viel Meter muss ein Fußballfeld mindestens lang sein? 180. 100. 90. 75. Kann man das auch wissen? 90. Ich hab jeden erwischt. Ich hab mich übertroffen. Ich fand gar nicht weg. Also doch. Es hat nicht so gehe. Oh, da hatte ich Angst vor. Wir haben gewonnen, oder? Ja. Äh. Hat natt. Hat natt.